Emma, hallo Pien, Emma Pien, Emma Pien, Emma Mama Pien, Emma auch, Emma auch. Ach, Clara, du glaubst gar nicht, was gerade passiert ist. Nee, erzähl, was ist denn los? Stell dir mal vor, hier war gerade die Polizei. Emma, du bist wirklich verrückt, weißt du das? Emma lieb, Emma lügt, hallo, die Finus, Finus Emma Pien. Emma macht einfach zu viel Blödsinn, Linus war immer so lieb und Emma, mit der habe ich immer nur Ärger, das gibt es doch gar nicht. So eine Quatsch, Tante. Ach, Gott sei Dank waren die beiden Polizistinnen so nett. Wie, ihr habt sie nicht mitgebracht? Ich habe doch gesagt, ihr sollt sie mitbringen. Kann bitte einer mal ins Telefon gehen? Na gut, dann gehe ich. Ja, hallo, 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 Herr Bernhard, hören Sie mich? Haben Sie endlich Neuigkeiten für mich? Äh, tut mir leid, hier spricht Friedrich und Herr Bernhard hat gerade keine Zeit. Na sowas, er soll mich den Bürgermeister sofort anrufen, sonst kann er sich nämlich mal bald einen neuen Job suchen. Chef, das ist ein Kleinkind, wir können doch kein Kleinkind verhaften. Ach, so ein Käse, nimmt mich überhaupt hier jemand ernst? Ich habe gesagt, ihr sollt sie herbringen. Ich verhafte doch kein Kleinkind, Sie können ja hinfahren und das machen. Ich bin raus, ich mache das nicht. Der Bürgermeister macht mir die Hölle heiß. Da können Sie ja nichts für, dass das ein Kleinkind ist. Oh Mann, wie soll man sich heute so konzentrieren, wenn die ganze Zeit nur das Telefon klingelt? Jetzt geht doch mal bitte jemand ran. Äh, ja, Herr Bürgermeister? Haben Sie den Schuff nun endlich? Ähm, ja, also, um ehrlich zu sein, ja, ich meine, nein. Ich wusste, dass es ein Fehler war, Sie als Polizeichef zu nehmen. Entweder haben Sie in zwei Stunden die Person hinter Gittern oder Sie können sich einen neuen Job suchen. Oh Mann, ey, tolle Wolle, was mache ich denn jetzt? Herr Schwarz, Herr Schwarz, äh, kommen Sie doch mal bitte. Jawohl, Chef, äh, was ist denn los? Wir beiden, wir beiden, wir gehen jetzt los und müssen eine Verhaftung vornehmen. Es könnte aber sehr unangenehm werden. Sind Sie dabei? Ich kann mich doch auf Sie verlassen, oder? Jawohl, Chef. Äh, gut, dann mal los. Der spinnt doch. Ach, so was Peinliches, das geht ja mal gar nicht. Da wären wir doch schon. So, Herr Schwarz, wir gehen schnell rein und kommen schnell wieder raus. Ich werde verrückt, schon wieder Polizei. Sollen wir das Haus umstellen, Chef? Nein, sind Sie denn des Wahnsinns, Herr Schwarz? Wir klingeln erst mal, so wie ganz normale Menschen auch. Na nun, wer klingelt denn jetzt wieder? Schon wieder Polizei? Äh, ja, äh, hallo? Schon wieder Polizei? Äh, ja, äh, guten Tag, Sie sind Frau Emma Fröhlich? Äh, nein, aber das haben wir doch alle schon geklärt. Moin, moin, Kalle, was ist hier denn los? Hat dir jemand ein paar Bananenstibets, oder was? Am besten komme ich mal rein. Ich meine wir, also mein Kollege und ich. Die Nachbarschaft muss ja hier nicht alles mitbekommen, oder? Hören Sie, ich habe doch schon mit Ihren Kollegen gesprochen. Das ist ein ganz blüder Streich meiner Tochter gewesen. Und es tut ihr auch wirklich leid. Und Sie meinen damit, ist das jetzt hier alles gegessen, oder was? Das ist ein Verbrechen und wir haben einen Haftbefehl. Ach, das können Sie doch gar nicht ernst meinen. Ich sage Ihnen mal was. Wissen Sie, mein Job ist mir richtig wichtig. Und der Bürgermeister möchte einfach eine Strafe für die Beleidigung. Wir müssen Ihre Tochter jetzt mitnehmen. So läuft das hier einfach nicht. Wie mitnehmen? Wohin? Na, Sie kommen mit aufs Revier. In eine Zelle. Eine Nacht in Ohrhaft wird ihr ganz gut tun. Dann wird sie nie wieder Telefonstreiche bei Staatsumwandhäuptern machen. So was geht ja mal gar nicht. Das ist respektlos. Äh, wie bitte? Sie ist ein Kleinkind. Sie kommt bestimmt nicht mit in irgendeine Gefängniszelle. Na ja, zum Anrufen war sie jetzt ja auch nicht zu klein. Hören Sie, sie hat wild wahrscheinlich auf den Tasten herumgedrückt. Das war ein ganz blöder Zufall, dass sie beim Bürgermeister gelandet ist. Es tut mir wirklich leid. Das hätte sich Ihre Tochter eher überlegen sollen. Und jetzt holen Sie bitte Ihre Tochter, damit wir sie mitnehmen können. Sie spinnen wohl. Ich werde meine Tochter nirgendwo mit hingeben. Und sie bleibt jetzt hier. Ich hole sie nicht. Mit wem redet Mama denn da jetzt so laut? Sie sollten aufpassen, wie sie mit uns reden. Sonst haben wir da gleich noch eine weitere Anzeige. Nun seien Sie doch bitte vernünftig und holen Ihre Tochter. Sonst machen wir das. Ich hoffe, das ist ein ganz mieser Scherz. Was ist denn da unten nur los? Die Polizei ist wieder da. Hallo. Hallo. Emma, hallo. War es schon wieder? Ich dachte, die finden, dass Emma zu klein ist. Das dauert jetzt aber schon ganz schön lange. Nicht, dass die geflohen sind, Chef. Ach, so ein Quatsch, Schwarz. Komm mir doch selber voll blöd vor. Aber der Bürgermeister macht einen echt verrückt. Und ich will meinen Job behalten. Jetzt sind es zwei Männer und die wollen Emma mitnehmen. Aber warum denn? Nein, Emma bleibt hier. Ich gehe damit. Sie muss nicht mitgehen. Emma, Emma hier. Emma Vampir. Emma Hübs. Ach, Emma, ich bin gerade so sauer auf dich. Am liebsten würde ich nie wieder mit dir reden. Was hast du dir dabei nur gedacht? Und gerade jetzt, wo Lukas nicht mehr da ist. So was Blödes. Echt, was mache ich denn jetzt? So, hier ist unsere Emma. Emma, vielleicht sagst du mal Hallo, damit die Herren merken, dass du noch ziemlich klein bist. Hallo. Hallo. Also meine Herren, wie Sie sehen, ist unsere Emma noch wirklich viel zu klein, um verhaftet zu werden. Das müssen Sie doch jetzt auch einsehen. Und langsam werde ich echt sauer. Meine Schwester macht zwar viel Blödsinn, aber sie ist doch kein Ganove oder ein Schurke oder ein Pirat, der hinter gittern muss. Also das geht nicht. Dann gehe ich für sie. Sie ist noch viel zu klein fürs Gefängnis. Aber sie ist ja auch nicht zu klein gewesen, um den Bürgermeister anzurufen und zu beleidigen. Genau, daher kommt sie jetzt auch mit. Aber wohin wollen Sie Emma denn jetzt mitnehmen? Na, mit zur Polizei. Dann ist der Bürgermeister zufrieden, ich kann meinen Job behalten und Emma denkt mal drüber nach, wo sie anruft. Was? Das können Sie doch nicht machen. Meine Schwester ist doch kein böser Verbrecher. Emma, das geht doch nicht. Sie hat bestimmt Angst im Gefängnis. Emma mit. Emma lieb. Gut, dann wollen wir mal. Emma von Pia. Emma hitzlich. Emma hitzlich. Mensch, Kollege Schwarz, nicht so doll. Verstehen Sie doch, Frau Fröhlich. Der Bürgermeister macht mich schon seit ein paar Tagen verrückt wegen dieser Sache. Und ich mag meinen Job. Ich möchte ihn wirklich behalten. Aber deshalb müssen Sie Emma doch nicht mit Handschellen abführen. Sie ist doch kein Mörder oder ein Verbrecher. Sie hat nie mal etwas getan. Der Bürgermeister hat sie doch nicht mehr alle. Also, Frau Fröhlich, was ich muss und was ich tue, das überlassen Sie mal mir. Emma ist bei uns in den besten Händen. So, eine Nacht in U-Haft und danach ist alles wieder gut. Haha, Emma von Pia. Viel los, guck mal. Bitte tun Sie meiner Schwester nicht weh. Wirklich, ich komme gerne für Sie mit. Ach, das tut nicht weh. Ich bin wirklich fassungslos. Bitte nehmen Sie mich mit. Ich rufe nur kurz meine Mutter an und sage ihr, dass ich jetzt mitkomme. Aber ich kann die Kinder hier nicht alleine lassen. So, läuft das nicht. Sie sind ja nicht der Täter. Oder sind Sie Frau Emma Fröhlich? Ich habe sie extra am Anfang gefragt. Aber Emma ist doch kein Verbrecher. Sie ist doch manchmal ein bisschen frech. Aber sie ist kein Verbrecher. So, dann kommen wir mit ins Auto. Sophia, was ist denn nur hier los? Ach, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so sauer. Emma wird gerade verhaftet. Und eigentlich hört es sich witzig an, aber es ist eigentlich total traurig. Oh Mann, ey, Emma, was hast du nur gemacht? Emma wird verhaftet, weil sie angeblich beim Bürgermeister angerufen hat und ihn beleidigt hat. Obwohl Emma keine bösen Worte sprechen kann. Das musst du dir mal reinziehen, Kalle. Hast du schon Lukas angerufen? Wo steckt er denn? Ach, Lukas ist wie immer nicht da, wenn man ihn braucht. Er ist auf Geschäftsreise. Kalle, kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Kannst du Linus zu Erna und Willi bringen und Bescheid sagen, dass sie bitte sofort einen Anwalt kontaktieren sollen? Äh, ja, natürlich, Sophia, das mache ich. Linus, du bleibst jetzt bitte bei Kalle und gehst gleich mit ihm zu Oma und Opa. Erzähl ihnen ganz genau, was passiert ist, ja? Ja, das mache ich, Mama. So, Frau Fröhlich, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Kommen Sie jetzt mit oder wollen Sie jetzt hier bei den Nachbarn weiterbleiben und reden? Also wirklich, ich muss doch eben für die Betreuung meines anderen Kindes sorgen. Ich habe immer sehr viel Respekt vor dem Gesetz gehabt und auch Ihrer Polizeiarbeit. Aber das heute ist das lächerlichste und gleichzeitig traurigste, was ich jemals erlebt habe. Hat die Polizei etwa nichts anderes mehr zu tun, als kleine Kinder hier zu verhaften? Also, Frau Fröhlich, das lassen Sie mal meine Sache sein. Und Sie haben immer noch nicht verstanden, dass der Bürgermeister mich hier echt stresst deswegen. Das geht gar nicht. Äh, Linus, komm doch bitte mal her. Bitte erzähl doch mal kurz, was passiert ist. So, Emma, dann wollen wir mal deine Daten aufnehmen. Das kann doch nicht wirklich euer Ernst sein. Ach, Mensch, Frau Marx, ich kann doch auch nichts dafür. Ich will meinen Job behalten. Einfach nur lächerlich, Herr Bernhard. Und Sie können dem Bürgermeister mal wirklich sagen, dass diese Aktion vollkommen überzogen ist. Haben Sie doch mal ein bisschen Rückgrat. Das ist einfach so lächerlich. Wenn es nicht so traurig wäre, dann würde ich mich kaputt lachen. Äh, sollen wir das Kind nun aufnehmen oder nicht? Scheint mir ein bisschen überzogen, oder? Natürlich nicht. Was für eine Frage. Also, was für eine Frage. So viel Gründlichkeit muss sein. Komm mal mit, Emma. Wir müssen nicht jetzt erstmal, damit wir alles in deine Akte schreiben können. Also, wie arbeitet ihr hier nur? Emma Piel. Emma Piel. Können wir jetzt bitte gehen? Oder wollen Sie meine Tochter jetzt auch noch ins Kreuzvorhör nehmen? Das Kind kann doch auch kaum sprechen. Es weiß wahrscheinlich nicht mal mehr, dass es irgendwann mal irgendwo angerufen hat. Das ist so lächerlich. Oh, das geht aber so nicht. Der Bürgermeister möchte, dass Emma eine Nacht ins Gefängnis geht. Und gut drüber nachdenkt, warum man den Bürgermeister nicht anruft. Außerdem, Frau Marx, denken Sie, wir haben ja auch einen Haftbefehl. Der muss einfach vollstreckt werden. Eine Nacht, das wird schon nicht wehtun. Ich kann das nicht glauben. Sowas Peinliches. Hauptsache erfährt die Presse nichts davon. Wir hätten so viel andere Sachen zu tun. Und stattdessen wird jetzt ein Kleinkind verhaftet. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Dass der Berner das überhaupt mit sich machen lässt. Wie ist der Bürgermeister eigentlich so schnell an so einen Haftbefehl gekommen? Ach, der spinnt doch, oder? Also, den Bürgermeister, den wähle ich nie wieder. So, Emma, schau mal. Das hier wird deine Zelle sein. Dann komm doch mal her, Emma. An den Tischketten müssen wir sie wohl eher nicht, oder? Sie spinnen wohl. Meine Tochter ist doch nicht gefährlich. Also wirklich, es reicht jetzt. Hallo. Hallo, Mama. Emma, komm pielen. Kann ich da wenigstens mit ihr in die Zelle? Nein, das geht auf gar keinen Fall. Sicherheitsbestimmung. Ich bin fassungslos. Hoffentlich kommen bald meine Eltern mit einem Anwalt. Denn wird sich doch schon alles klären. Ach, Emma, was machst du nur immer für ein Quatsch? Emma, hallo, pielen. Emma, pielen. Emma, pielen. Emma, Mama, pielen. Emma auch. Emma auch. Ja, Herr Bürgermeister, ich hab sie jetzt verhaftet. Tch, das glaub ich alles nicht. Ist alles okay bei Ihnen? Es tut mir echt leid. Und ich kann meinen Chef niemals mehr ernst nehmen. Muss Emma wirklich hier allein die ganze Nacht bleiben? Sie ist ja noch ein Kind. Ich spreche gleich nochmal mit meinem Chef. Das geht so nicht. Aber kommen Sie her. Ich lasse Sie jetzt rein. Von Ihrer Tochter geht auch keine Gefahr aus. Von wegen Sicherheitsbestimmung. Die spinnen die Männer. Ach, vielen Dank. Wenn meine Mutter oder Vater kommt, können Sie die beiden dann bitte zu uns lassen. Ich muss dann auch unbedingt mit einem Anwalt sprechen. Meine Tochter bleibt hier nicht über Nacht. Finus. Finus. Mama, immer wo Finus? Hoffentlich kommt gleich jemand. So, Linus. Dann kassiere ich Ihnen doch schnell ab und dann gehen wir sofort zu deinen Großeltern. Ja, hallo Kinder. Schön, dass ihr wieder angeschaut habt zur Plämo-Geschichten. Wollt ihr wissen, wie es weitergeht? Dann her mit einem Daumen nach oben. Zeigt es uns. Ansonsten würden wir uns mega doll freuen, wenn ihr in die Kommentare mal schreibt, wie ihr das so findet. Findet ihr nicht, dass der Bürgermeister auch ein bisschen übertreibt? Wir würden uns super, super doll freuen, wenn ihr unseren Kanal auch abonniert. Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr hier vorne einmal auf den runden Kopf mit der Familie fröhlich drückt und dann könnt ihr auch einfach noch die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr gar kein Video mehr von uns. Wir würden uns super, super doll freuen, wenn ihr bald wieder einschaltet und hier vorne könnt ihr noch ein paar weitere Videos von uns gucken. Dann wünschen wir uns noch einen wunderbaren Tag und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. Tschüss.